Ein jüdischer Rabbi betet zu Gott und sagt, ich fasse es nicht, was soll das, ich verstehe dich nicht Gott, was soll ich tun, mein Sohn, der Sohn von Rabbi Moshe Bar Itzhak ist Christ geworden. Auf einmal hört er ganz leise eine Stimme von Gott, macht ihr nichts draus, meiner auch. Und er guckt und sagt, und was hast du getan? Hört er die Stimme Gottes, die sagt, ich habe ein neues Testament geschrieben. Ja, das Emanuel Meeting Team hat sich bewusst entschieden, sich mal mit dem Alten Testament zu befassen. Alt klingt ja immer erst so ein bisschen wie überholt oder eben wie in der kleinen Geschichte von dem Rabbi, der ein Testament gemacht hat und jetzt vielleicht seinen Sohn enterben möchte und er schreibt ein neues, in dem Sinne von das Alte ist ungültig, wird ausgelöscht. Ganz kurz ein paar Eckdaten. Das, was wir Altes Testament nennen, die jüdische Heilige Schrift, besteht aus 46 einzelnen Büchern, die in einem Zeitraum entstanden sind von über 1000 Jahren. Also richtiger würde man eigentlich von einer Bibliothek sprechen. Das ist eine Bibliothek aus ganz verschiedenen Büchern. Deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn jemand sagt, ich habe jetzt die Bibel angefangen zu lesen, vorne erste Seite und lese sie jetzt durch bis zur letzten. Kann man machen, ist, glaube ich, nicht der beste Zugang. Tut mir leid für alle, die das probiert haben. Denn, um die Aussageabsicht der einzelnen Schriften des Alten Testamentes zu erfassen, müssen die Verhältnisse der Zeit, der Kultur, die literarischen Gattungen, die Denk-, Sprech- und Erzählformen berücksichtigt werden. Das war nicht von mir, das war aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aus einem Dokument, einem Text, aus dem ich heute vieles genommen habe und auch euch sage, Dei Verbum heißt er, über die göttliche Offenbarung. Also um die Aussageabsicht, gerade der alttestamentlichen Texte gut zu erfassen, müssen wir die Kultur, die Umstände, die Denk-, Sprech- und Erzählformen beachten. Sonst laufen wir Gefahr, dass wir diese Texte fundamentalistisch verstehen. Nämlich wörtlich, steht doch da. Zum Beispiel Kreationisten sagen, steht doch da, Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen. Dann sage ich immer, da steht aber auch, es gibt keinen Gott. Steht in der Bibel, wusstet ihr das? In unserer Bibel steht, es gibt keinen Gott. Und wenn ich den Kontext nicht beachte, dann komme ich nämlich zu schwachsinnigen Auslegungen. Davor steht nämlich, spricht der Idiot in seinem Herzen. Es gibt keinen Gott. Das ist gemeint. Ich muss immer sehr genau hinschauen, in welchem Kontext ist etwas gesagt. Und was ist die Aussageabsicht? Wir wissen aus unserer Gegenwartsliteratur, ein Roman, eine Novelle, eine Parabel, können tiefe Wahrheiten transportieren, auch wenn sie sich nicht auf ein konkretes geschichtliches Ereignis beziehen. Oder wenn sie nicht ein Roman, ich habe jetzt der letzte sehr gute Roman, den ich gelesen habe, die Violinistin von Auschwitz. Es ist ein Roman, der basiert auf einer wahren Geschichte. Aber auch Romane, die das nicht tun, können tiefe Wahrheiten transportieren. In der Bibel gibt es geschichtliche Bücher, die Chroniken zum Beispiel im Alten Testament. Es gibt prophetische Bücher und es gibt dichterische Bücher, wie zum Beispiel das Hohelied der Liebe oder das Buch Jona. Und das müssen wir berücksichtigen, wenn wir verstehen wollen, was da gesagt ist. Wir glauben als Christen, als Kirche, dass alle Schriften, auch des Alten Testamentes, inspiriert sind. Das heißt nicht nur, dass sie besonders intelligent sind, sondern dass sie vom Heiligen Geist gewirkt sind. Dass sie als Urheber Gott selbst haben. Vielleicht kann man das so vergleichen, wenn im Theater in Münster eine Symphonie von Mozart gespielt wird. Dann gibt es hier Musiker, einen Dirigenten, die bringen etwas zum Klingen, machen das hörbar, was nicht von ihnen stammt. Der Urheber dieser Symphonie ist Mozart. Aber sie machen es hörbar. Und so ist es, wenn wir sagen, die Schriften der Bibel und auch des Alten Testamentes haben Gott als Urheber, sind vom Heiligen Geist inspiriert, bestimmten Menschen. Und die haben sich hingesetzt und haben aufgeschrieben und machen für uns hörbar, was aus dem Inneren Gottes kommt. So wie die Symphonie uns hörbar macht, was Mozart in seinem Herzen und in seinen Gedanken sich erdacht hat. Das ist doch toll. Gottes Wort in Menschen Wort. So heißt die Formel dafür. Also wir glauben, dass das, was Menschen aufgeschrieben haben, wirklich von Gott kommt. Aber durch sie. Und deswegen eine ganz wichtige Aussage, können diese Schriften der Bibel nur in dem Geist gelesen, ausgelegt, verstanden werden, in dem sie auch geschrieben sind, nämlich im Heiligen Geist. Wenn ich mich an die Bibel heranbegebe mit einem nur wissenschaftlichen Interesse und das auseinanderpflücke, dann ist das, das hat mal ein deutscher Theologe gesagt, wie das Sezieren einer Leiche. Dann ist das toter Buchstabe. Also wir brauchen diesen Geist, in dem die Schrift geschrieben ist, um sie auch zu verstehen. Deswegen dringende Empfehlung, wann immer ihr die Bibel in die Hand nehmt und darin lest, bittet kurz den Heiligen Geist, dass er euch das Herz und den Verstand öffnet, das jetzt auch aufzunehmen. So, warum befassen wir uns nun überhaupt mit dem Alten Testament? Ist das nicht überholt? Hat Jesus das nicht überholt? Hat er nicht endlich gezeigt, wie Gott wirklich ist? Diese Auffassung finden wir leider bis heute immer noch. Also, die sagen, das Alte Testament, das sollen Wolken sein. Und im Alten Testament, das Alte Testament, erzählt uns von einem strengen, strafenden, bösen Gott. Ein zürnender Gott, der mit Donner den Menschen die richtigen Wege einbläut. und dann sei Jesus gekommen und der hat uns endlich zu verstehen gegeben, dass Gott eigentlich nur lieb ist, zärtlich, menschenfreundlich, der tut keinem was. Also, dass ein Bruch ist zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. diese Meinung ist schon am Anfang des zweiten Jahrhunderts da gewesen, nämlich von einem gewissen Markion. Das nennt man Markionismus. Markion war ein Typ in der Gemeinde in Rom und der hat diese und auch noch ein paar andere Irrlehren verbreitet. Vier Jahre später hat man ihn aus der Gemeinde ausgeschlossen, weil man gemerkt hat, das stimmt so nicht. Und noch viel später auf einem Konzil ist der Markionismus verworfen worden. Nicht ein Bruch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Die Kirche hat immer daran festgehalten, dass der erste Bund nie widerrufen worden ist. der Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und ehrlich gesagt, Jesus redet ja dauernd davon. Ihr habt gelesen, dass in der Schrift steht und er erklärt es dann oder ganz deutlich in der Erzählung von den Emmausjüngern. Da kommt ja dieser Begleiter mit dazu, geht mit ihnen und er erschließt ihnen die Schrift und zwar diese hier. Er erschließt ihnen diese Schrift, wie sie sie verstehen sollen in dem Zusammenhang, dass er gekommen ist. Die Evangelien zitieren dauernd das Alte Testament, besonders das Matthäus-Evangelium, weil es für Judenchristen geschrieben ist. Deuten das, was damals passiert ist, jetzt auf Jesus hin. In der Apostelgeschichte, diese tolle Szene, wo der Äthiopier mit seiner Kutsche da rumfährt und Jesaja liest und kein Wort kapiert und dann kommt Philippus, geht da nebenher, sagt, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und er erschließt ihm den Propheten Jesaja, weil der ja fragt, von wem ist denn da die Rede in diesem Buch? Und Philippus geht hin und sagt, verstehst du nicht, da ist eigentlich schon auf verdeckte Weise von Jesus die Rede. Also kein Bruch, sondern eine Kontinuität. Deswegen verehren wir Christen das Alte Testament als wahres Wort Gottes. Wir sehen eine Einheit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Es ist also gerade nicht so, wie in dem eingangs erzählten Witz von dem Rabbi, der dann das Neue Testament macht und das Alte verwirft. Wir sehen eine Kontinuität ohne Bruch. Der heilige Augustinus, ein Kirchenlehrer, hat das einmal so gesagt, das Neue ist im Alten verborgen und das Alte wird im Neuen erschlossen. Also sie gehören zusammen, eine Kontinuität. Was für eine Kontinuität? Zweiter Punkt. Wer kennt so was? Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Fotoalbum. Gibt es so was noch? Jetzt habe ich eine Familie besucht, da schenkt der Mann, der Frau jedes Jahr am Ende des Jahres ein richtiges Fotobuch. Heute macht man das natürlich alles viel schicker mit Fotos, die dann da richtig reingedruckt werden. Früher hatte man so was und meine Mutter hat für uns Kinder so ein Buch mit Fotos von allen Urlauben und so und hat dann immer so tolle Unterschriften dazu gemacht. Das ist ein Fotoalbum. Und jeder von euch, jede, die schon mal in einer Beziehung war, also wenn man einen Partner, eine Partnerin hat, irgendwann kommt meistens der Moment, wo man sich alte Fotos anguckt. Oder? War das nur zu der Zeit so, als die Fotoalben so aussahen. Also da war das so. Irgendwann guckt man sich die Fotoalben an von früher, weil natürlich, wenn man jemanden liebt, man gerne auch eintauchen möchte in die Geschichte dieses Menschen. Und ich möchte auch gerne zeigen, wo komme ich her? Wie bin ich der oder die geworden, mit der du heute zusammen bist? und man möchte dem anderen Menschen, den man liebt, gerne Anteil geben an dem, was die eigene Geschichte ist. So, man möchte sich mitteilen, von sich etwas zu erkennen geben. Und für mich ist das Alte Testament wie so ein Fotoalbum, wo wir haben ja alle irgendwann Jesus kennengelernt auf unserem Lebensweg. und sind mit ihm in eine Beziehung getreten. Und mit der Zeit möchte er uns auch mit hineinnehmen in seine Geschichte, wo er herkommt. Möchte sich immer tiefer zu erkennen geben, wer er ist. Und das finden wir im Alten Testament. Jesus war Jude und hat selber aus diesen Schriften gelebt, ist in die Synagoge gegangen. Dieses sich immer mehr zu erkennen geben, das nennt man theologisch Offenbarung. Etwas von sich zeigen und zu erkennen geben. Nun ist es ja so, das soll die Welt sein. Das erkennt man, oder? Und das sind Galaxien. Wir glauben ja, dass alles, was es gibt, die Erde, die Welt, Galaxien, das ganze Universum von Gott gemacht wurde. und die Menschen, die hier auf der Erde leben, seit es Menschen gibt, untersuchen die das und fragen sich, wo kommt das alles her? Und die untersuchen hier die Kontinente und die forschen in den Galaxien mit irgendwelchen Teleskopen und untersuchen das, was es gibt. Und der Horizont des Menschen ist der. Der Mensch kann alles untersuchen, was man greifen kann, was materiell ist, was man mit den Sinnen erfassen kann, das nennt man empirisch. Das, was messbar ist, das kann der Mensch untersuchen, das ist sein Erkenntnishorizont. Und aber immer haben die Menschen schon irgendwie geahnt, dass es etwas außerhalb von diesem Horizont gibt. Etwas göttliches. Irgendwie spürt das der Mensch in sich. Und Offenbarung meint, irgendwann hat dieser Gott, der unsichtbare Gott, aus Liebe beschlossen, die Menschen wie Freunde anzureden und sich zu erkennen zu geben. und dann war vielleicht mal hier irgendwann vor 3000 Jahren, saß hier in Abraham abends vor seiner Hütte auf der Bank und hat zum Sternenhimmel hochgeguckt und hat die ganzen Sterne gesehen den Horizont und hat irgendwie in sich gespürt, schau mal, so viele Sterne, so viele Nachkommen wirst du haben. Und hat gemerkt, es kommt von woanders her und hat es aufgeschrieben oder ein anderer hat es aufgeschrieben. Und dann war hier vielleicht ein Mose, der hat die Schafe gehütet und auf einmal brennt der Busch und er geht hin und wird angesprochen. Komm nicht näher. Und dann fragt er ja, wer bist denn du, wer redet denn da mit mir? Was soll ich denen, die mich gesandt haben, sagen? Welche Gottheit mich schickt? Und dann zeigt er ihm, sag ihnen, der ich bin da. Also auf einmal gibt er sogar so eine Art Namen bekannt. Vorher rund um Israel herum gab es Naturgottheiten, Stammesgottheiten, deswegen fragt ja der Mose, was soll ich denn sagen? Welcher Gott hat mich geschickt? Und auf einmal gibt Gott seinen Namen bekannt. Das heißt, er möchte in Beziehung treten. Er möchte sich ansprechbar machen. Ich bin da. und so weiter und so weiter. Das ist das ganze Alte Testament. Gott fängt an, aus freiem Entschluss die Menschen anzureden und sich zu erkennen zu geben. Der unsichtbare Gott. Und eines Tages wissen wir kommt er selbst. Eines Tages kommt er selbst in diese Welt und gibt sich zu erkennen. Das Alte Testament, so sagt es, dieses Dokument aus dem Konzil, erschließt die Art und Weise, wie Gott an den Menschen zu handeln pflegt. Das lernen wir schon durchs Alte Testament. Wie Gott an den Menschen zu handeln pflegt, was für ein Typ er ist. Also ein Abraham, diese Geschichte mit Isaac zum Beispiel, die wir in der Osternacht wieder hören werden, den er opfern soll. Und da sagen ja die Leute immer, was ist das für ein schlimmer Gott, der fordert Kindesopfer. Also ich würde immer sagen, nicht auf der vorletzten Seite aufhören, sondern bis zur letzten lesen. Der Hintergrund hier ist nämlich, dass es rund um Israel sehr wohl Kulte gab, wo Kinder geopfert wurden, für Gottheiten. Das ist der Hintergrund. Und die Aussage hier ist, dieser Gott eben nicht. Der will nicht Kindesopfer, der will ein bedingungsloses Vertrauen. Das ist die Aussage da drin. So pflegt Gott an den Menschen zu handeln. Oder eines der ältesten Stücke des Alten Testaments ist der Gesang der Miriam, nachdem sie mit dem Volk durch das Rote Meer gezogen sind, wo sie auf die Pauke schlägt und tanzt und singt. Und die Aussage darin, Gott errettet und befreit. Er führt in die Freiheit. So ist dieser Gott. Und dann könnten wir alle Bücher durchgehen. Eine Ruth, die Moabiterin, die mit ihrer Schwiegermutter Noemi dann zurückgeht in das Land, das ihr fremd ist und dort erlebt, dass dieser Gott ihr Gutes erweist, obwohl sie eine Volksfremde ist. Und Judith, die dem König Holofernes den Kopf abhaut, total mutig da in dieses fremde Lager geht. Und die Aussage darin, dass wer treu zu Gott hält, dem hilft er sogar gegen übermächtige Feinde. Wir werden ja jetzt im Laufe der nächsten Wochen von solchen Gestalten hören und noch etwas ausführlicher, was lernen wir darin über die Art und Weise, wie Gott zu handeln pflegt. Kontinuität. Das alte Testament vermittelt uns denselben Gott wie das neue Testament, aber noch in einer vermittelten Form über diese Menschen, denen er Erfahrungen schenkt. Das ist so ein bisschen, so wer sich manchmal vielleicht auf einer Dating App bewegt, da ist es ja auch, man scrollt so da durch die Bilder, ich habe das nie gemacht, lass mir das erzählen. Man scrollt dann so durch und guckt eben, wer gefällt mir und den klickt man an und dann fängt man vielleicht irgendwann an sich zu schreiben und vielleicht irgendwann telefoniert man auch und irgendwann kommt der Moment, dass man sich treffen möchte. Und das ist ja immer ein Moment mit ganz viel Kribbeln. Dann geht auf einmal das Licht an oder es geht aus. Nein, aber meistens ist das ja das Besondere ist, dass ich jemanden, den ich bisher nur über Botschaften oder indirekt kannte, auf einmal direkt vor mir sehe. Und das ist die Kontinuität der Offenbarung vom Alten Testament bis zu Jesus. Letzter Punkt. Wir gehen mit dieser Reihe auf das Osterfest zu. In der Osternacht wird hier vorne diese Riesenkerze angezündet und in diesem Licht in der noch ganz dunklen Kirche nur dieses Licht brennt und diese Kerze steht ja für den auferstandenen Jesus. Und in diesem Licht lesen wir durch das ganze Alte Testament aus dem Buch Genesis Exodus zweimal Jesaja Baruch Ezechiel und dann kommt irgendwann der Römerbrief. Und das zeigt wie wir Christen mit dem Alten Testament umgehen. Im Licht von Jesus lesen wir diese alten Erzählungen. Wir Christen lesen das Alte Testament im Licht Christi. Ein Theologe aus dem 11. Jahrhundert Hugo von Sankt Viktor hat gesagt, die ganze Heilige Schrift ist ein einziges Buch und dieses eine Buch ist Christus. Denn die ganze göttliche Schrift spricht von Christus und die ganze göttliche Schrift geht in Christus in Erfüllung. Also man könnte sagen, mit Jesus ist tatsächlich das Licht angegangen. Durch ihn verstehen wir, wie diese alten Erzählungen gemeint waren. Sagt ja Jesus selber, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch. Und er legt es aus, wie es gemeint war. Und diese Art, mit dem Alten Testament umzugehen nennt man allegorische Schriftauslegung, also eine sinnbildliche. Was steckt in den alten Erzählungen schon für Andeutungen, für Sinnbilder, die sich dann mit Jesus erfüllen? Also zum Beispiel die Josefs Geschichte, diese tolle Geschichte von den zwölf Brüdern, die dann den einen, den Josef eben, weil sie neidisch sind, dass der Vater ihn mehr liebt als sie, schmeißen sie ihn erst in die Zisterne und dann denken sie sich, ist ja blöd, haben wir nichts von, dann kommt eine Karawane vorbei und sie verkaufen ihn, haben wir wenigstens ein bisschen Geld daraus gemacht. Und am Ende erweist es sich in der Hungersnot, dass er, gerade der, den sie verkauft und verraten haben, zum Retter für seine Familie. Und die allegorische Schriftauslegung, die seit den Anfängen praktiziert wird, erkennt darin ein Bild für Jesus, der verraten und verkauft worden ist, bis hin zu den Silberlingen, die sie für ihn geben und die Judas dann für Jesus gibt. So gehen die Kirchenväter immer um mit dem Alten Testament. Sie suchen immer, was sind da für Anklänge schon drin, die uns eigentlich schon auf verdeckte Weise von Jesus sprechen. Allegorische Schriftauslegung. Und in der Osternacht, müsst ihr mal darauf achten, wenn wir diese ganzen Texte hören, nach jedem Text kommt ein Gesang und dann kommt ein Gebet. Und dieses Gebet, diese sogenannte Oration, die macht immer genau das, die deutet das, was wir gerade gehört haben aus dem Alten Testament auf Jesus. Lade ich euch einmal darauf zu achten in der Osternacht. Da kann man viel Spannendes entdecken. Gut, also in den nächsten Wochen werden wir Persönlichkeiten anschauen, ganz verschiedene, von David weiß ich schon und ein paar andere wird es auch noch geben, durch die wir lernen können für unser Leben heute die Art und Weise, wie Gott zu handeln pflegt. Und weil wir diese Kontinuität, von der ich euch heute gesprochen habe, weil wir die glauben, können wir sagen, wenn Gott an Abraham und an Josef und an Ruth und an Judith und an Mose so gehandelt hat, dann kann ich mich darauf verlassen, dass er auch heute an mir so handeln wird. Und mit dieser Aussage können wir in die nächsten Wochen gehen und uns die Geschichten der alttestamentlichen Figuren anhören. Punkt. Applaus Vielen Dank.